Hallo! Wir sind wieder da! Genau! Weißt du, was wir uns heute vorhaben? Hallo! Wir werden heute einmal die Schule laufen und uns verschiedene Berufe angucken und uns darauf finden, was für Berufe gibt es die Schule eigentlich und was? Das hört sich richtig, richtig cool an! Ja, und bevor wir das machen, müssen wir uns wieder aufwerfen. Weißt du auch womit? Jo! Natürlich, was ist das? Los geht's! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Wir kommen! Lauf, 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 Theo, lauf, 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 wärm dich auf, 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 das muss sein! Und nun geht es kreuz und quer, immer hin und immer her. Hey, das Laufen macht schon Spaß, komm wir geben nochmal Gas! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Und weiter! Dann, dann, dann kommt der Hampelmann, fängt zu hampeln an, das ist cool! Mensch, wer hätte das gedacht, dass es so viel Freude macht, mal ein Hampelmann zu sein, echter Spaß für groß und klein! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit. Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Jetzt alle! 1, 2, 3, mach den Butterfly, komm und sei dabei, hier im Team! Dann die Beine hoch hinauf, komm, mach mit und hör nicht auf! Hey, der Theo weiß das schon, das bringt Spaß und Kondition! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit! Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach rechts, stepp nach links, denn das bringt's! Wir wollen mehr! Wir wollen mehr! Jetzt geht's los, mach dich riesengroß, das ist echt famos, wie man sieht! Und dann mach dich klitzeklein, kriech ins Mauseloch hinein, und dann geht's mit viel Rabatz, wieder hoch mit einem Satz! Theo, Theo ist fit, wie ein Turnschuh und alle machen mit! Stepp nach rechts, stepp nach links, stepp nach links, stepp nach links, denn das bringt's! Oh, 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 setz dich auf den Po, mach es einfach so wie jetzt ich! Denn jetzt kommt, was kommen muss, jetzt ist langsam wieder Schluss! Mit dem Fitness-Super-Hit, doch mit Theo sind wir fit! Superfett! Cha-Cha-Cha! So, wir sind jetzt mal! Und? Ja, lass uns doch mal nach Rude laufen! Ja, wir sind nach Rude! Wir laufen einfach los! Ja, das geht! So, wir sind jetzt in Rude angekommen, und stehen für einen großen Haus! Genau! Weißt du, was das für ein Haus ist? Sie sieht ziemlich neu aus! Mhm, mhm! Genau, und was, wenn da draufsteht? Polizei! Also, wir sind bei der Polizei eingelangt! Genau, die Polizei ist unser Zweifel, unser Helfer, und hat natürlich ganz viele verschiedene Aufgaben zu machen! Zum Beispiel, müssen die Verbrecher jagen! Und wisst ihr, was dafür ganz wichtig ist? Ausdauer! Das heißt, Priotisten müssen ganz oft ihre Ausdauer trainieren! Und das wollen wir jetzt auch mit euch machen! Ja, weil wenn die Verbrecher weglaufen, wo wir ja irgendwie da herlaufen können! Und deswegen haben wir uns überlegt, wir laufen ja auch mit euch! Ja, das machen wir ja! Einfach! Kommen wir jetzt noch auf der Stelle an! Ja! Ja! Also am Anfang! So! Können wir auch mal in den Kreis ein bisschen! Schöner werden! Wöchtern! So, das machen wir noch nicht im Wechsel! Das ist doch mal in den Wechsel! Sieht doch mal in den Wechsel machen! Nein! Vielen Dank, dass wir auf der Stelle wieder stehen! und zieht unsere Knie nach oben. Reicht das auch wieder? Ja. Die Arbeitspolizei muss nicht nur Verbrecher hinterherlaufen, sie müssen auch zwischendurch meinen Verkehr regeln, wenn z.B. Ampeln ausfallen. Oder auch keine Verkehrszeiten stehen. Weißt du wie die das machen? Ja, sie müssen für sich eigentlich nur die Arme ausmachen. Ja. Wir müssen die gleich machen. So, und dann müssen wir uns teilweise auch drehen. Genau. Denn, je nachdem wie der Polizist zu euch steht, müsst ihr laufen oder stehen bleiben. So, Philipp ist jetzt der Läufer und ich bin der Polizist. Genau. Wenn ich jetzt auf Halko zulaufen würde, müsste ich stehen bleiben. Ja. Kennst du auch den Merklass dazu, damit wir auch mal das umständlich erklären? Ja klar. Dann sag mal. Stehe ich zu? Sie... Ich kenne ihn glaub ich doch nicht ganz. Ne? Soll ich mal? Ja. Siehst du den Schutzmann von der Seite, dann fahre oder schreite. Siehst du Brust und Rücken, musst du auf die Bremse drücken. Ja. Ganz einfach eigentlich. Hm. Sein, ne? Wer so schon dachte, wenn er sich jetzt den Arm ausbreite, muss ich stehen bleiben. Steht aber, sag ich zu mir, darf ich voranschreiten. Ganz simpel. Ha! Haben wir das auch schon wieder gelernt. Ja. Ich würd sagen, ich hab jetzt genug meiner Polizistie gesehen. Ich würd's gerne... was anderes. Gibt's denn das doch nicht hier? Weiß ich nicht. Ich würd sagen, wir laufen die Straße dann an. Mal sehen, wo wir jetzt hin und lang kommen. Ja, okay. Riechst du doch? Boah, ich krieg gleich richtig Hunger. Ja, ich auch. Boah, wir riechen da richtig säckeren, knackigen, frischgebacken Brötchen. Und Roussants und Zimmelstecken und was weiß ich nicht mehr. Was sind wir denn so? Ich glaube, wir sind bei der Bäckerei. Klar sind wir bei der Bäckerei. Weißt du, was man in der Bäckerei macht? Backen. Natürlich, was denn sonst? Ich frage den Passwortracken. Ein Brötchen backen oder ein Brot oder eine Torte. Ich würd sagen, wir fangen mit Brötchen an. Okay. Eigentlich ist jeder. Ich kenn keinen Mensch, der kein Brötchen isst. Ja. Es gibt bestimmt ein paar Fotografische Leute, die keine Brötchen haben. Oder die andere Fragen. Ja. Geht's mir auch. Natürlich, bevor wir anfangen, müssen wir natürlich auch unsere Schütze umbinden. Selbstverständlich sind unsere Schütze. Mit gutem Bindensieb. So. Wer hat noch ein großes? Genau. Und als nächstes müssen wir den Text zubereiten. Weißt du, was wir dafür als erstes benötigen? Schlüssel? Ja, gut auf. Ich mach nach Zutaten. Mehl natürlich. Natürlich. Davon hat man in der Bäckerei ganz schön viel. Aber, nicht wie ihr es von zuhause kennt, diese kleinen 1kg Packungen in der Bäckerei haben die solche riesen Mehlsäcke. Riesig. Ganz, ganz groß. Die müssen wir jetzt ertragen. Das ist auch ganz schön schwer. Am besten, wir machen das zu zweit. Weil ich glaub alleine schaff ich das gar nicht. Ja. Da vorne stehen die Mehlsäcke. Da kommt uns immer welche. So. Boah, sind die schwer. Ich hätte ja noch mehr Mehlsäcke. Wir brauchen aber so ein wirkliches Gehl. Wir hätten zwei, weil wir Brüttchen können wir gar nicht essen. Aber. Wir brauchen noch Wasser. Wasser. Das ist so ganz einfach aus der Reitung. Nehmen wir uns unseren Eimer. Ein Ding. Und hängen Wasser an. Weil das ist einfach verlaufen. So. Dann fällt voll. Ja. Aufstehen. Da braucht es die Brüttchen eigentlich so gleich, wenn wir ganz über schwere Situationen da rein. Ja, was naiv ist. Wenn die Brüttchen aufgehen, wenn die ganze Luft ist. Wenn die ganze Luft aufstehen. Wenn die Brüttchen aufstehen. So. Mein Eimer ist voll. Wenn. Alles, was wir jetzt brauchen. Wir müssen erstens noch Hefe holen. Und Salz. Und danach holen wir auch schon an. Dann hol ich den. Unser Salz. Ja. So. Ihr habt ganz viel Hefe gemacht. Verräter Salz. Und mit Salz brauchen wir gar nicht so viel. Was schmeckendes Salz. Ja. Weil wir schon mal anfangen zu backen. Genau. Dann können wir jetzt. Mehl. Unser Mehl. Mehl. Und so schütteln. Ja. So. Ganz viel großen. Eine kleine Kelle. Aber man schüttelt. Mehl sagt gar nicht. Er ist nicht voll. Ja. So geht es auch. Ein Flieses. Müssen wir unseren Eimer nehmen. Ja. Und das Wasser drauf kippen. Ja. Dann brauchen wir Hefe. Ja. Die Hefe muss noch herausfangen. Und dann kippen wir das auf. So. Das ist jetzt eine Prise sein. Weil dann. Ja. Das heißt sowas ganz. Ein wenig. Ein kleiner. Zweifingervolle. So. Als nächstes müssen wir Teig natürlich kneten. Weil das so viel großer Teig ist. Genau. Heißt. Ich nehme jetzt meine Schlüssel. Nehme ein Schneebesen. Und rühre den Teig einfach um. Ja. Ich glaube ich gehe nochmal mit der Hand. Mit der Hand. Ja. Mit der Hand. Ja. Mit der Hand. Teig aus dem Schlüssel und knete ihn einfach um. Ja. Und das ist zu lange tun. Weil sonst knete ich mir die Hefe kaputt und die Bullchen gehen nicht mehr auf. Ja. Schade. So. 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 Dann würde ich natürlich schnell vereinzelt auf die Bleche tun. Und dann in den Backofen. Gut. Ein paar Bleche. Gut. Wir brauchen auch noch ein paar Bleche. So. Jetzt haben wir hier ganz ganz viele Bleche. Machen den Teig auf die Bleche. Teig näher ein bisschen. Haben ein Brötchen. Aber bevor wir das jetzt in den Ofen haben, das ist schon vorgeheizt, müssen wir den Ofen anschauen. Und dann verdrennen wir uns. Genau. Ganz wichtig. Dann nehmen wir unseren Ofen-Haschuh. Ziehen wir den an. Seid? Ja. Nehmen wir noch Bleche. Schenieren den Ofen. So mit diesem Einlissen. So. Wenn das erledigt. Jetzt müssen wir Wagen. Ich würde sagen wir Wagen erwarten in meiner Hand. Ja. Und das machen wir natürlich mit unserem tollen Nies. Backe Backe Kuchen. Backe Kuchen. Backe Kuchen. Hat hier jemand Lust einen Kuchen zu backen? Ja. Backe Backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen. Der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz. Zucker und Salz. Milch und Mehl. Safran macht den Kuchengill. schieb. Schieb schieb in Ofen ein. Backe Backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Hey. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gel, schieb, schieb in den Ofen ein. Hörst du das, der Ofen biebst, der Ofen biebst, das ist okay, ach stop, das ist ein Ofen-Handschwanzchen, ja, Ofen-Handschuhe, legen rein, jetzt den Ofen aufmachen, vorsicht, der ganze heiße Damm, oh, Schritt zurück gehen, das ist doch viel zu heiß, viel zu warm, so, jetzt wird den ganzen Becher wieder rausrücken, genau, boah, sind die heiß, ja, muss man aufpassen, ja, aber die Wurste sind dafür richtig, richtig gut aus, ja, richtig schön, toll, braun, ja. So, jetzt haben wir die Brötchen lang, ich möchte zumindest eins probieren, bevor wir weitergehen, ja, wir können auch einmal mitnehmen und auf den Weg essen, weil jetzt sind die noch ganz ganz heiß, stimmt, den Rest können wir die Bäcker hier nachdenken, dann kann die bestimmt noch gut verkaufen, ja, ich möchte jetzt mal ein Brötchen, nehmen wir zwei, okay, dann, wir sagen, laufen wir mal weiter, dann essen wir noch so gut, ja, so gut. Guck mal da, sind wir noch mal, oh, guck mal, ich habe schon wieder Hunger, ich glaube, wir müssen noch einkaufen, oder? Ja, weißt du, was die Leute am Supermarkt halt machen müssen? Meinst du, die Leute, die da einkaufen gehen und die da arbeiten? Natürlich, die da arbeiten, wir gucken doch, da hast du die Berufe an, die müssen natürlich wieder die ganze Regale auffüllen, weil die Leute, die ja in der Leer kaufen, genau. Gerade jetzt in der Zeit, wenn der ganze Kloppernöhe kauft, die müssen die ganze Klopperfühne anräumen, ja, dann wollen wir denen wahrscheinlich mal ein bisschen erhältnen, ne? Genau, guck mal, da hinten stehen sogar schon ein paar Wagen, da sind die ganze Ware drauf, sogar mit ganzen Schuhpapieren, mit ganzen Nudeln, die müssen sich einigermaßen stellen, egal, Leute. Ja, jetzt holen wir die Wagen mal. Boah, sind die groß und schwer. Ja, lassen wir mal anfangen, die Sachen in die ganzen Räume. So, da sind ein paar Nudeln, die sind hier drin, mit dem Klopapier drin, noch mehr Nudeln, haben wir noch ein paar Ravioli, natürlich da drin. Drei lagiges Klopapier, viel lagiges. Schau mal, mit deinem Klopapier, Essen ist sehr wichtig, ja. Klopapier brauchen aber scheinbar auch ganz viele Leute, es wird ja nicht so oft gekauft, ne? Ja, ich find's ja ein bisschen komisch, dass so viele Leute Klopapier kaufen. Ja, genau, ein paar Erd, ein paar Möhrchen, ich hab noch Zehberollen, du hast komische Sachen. Ach, so, mein Wagen ist jetzt leer, ich hab noch ein bisschen, hab noch ein bisschen, hab noch ein bisschen Obst, Sachen, große Gemüse, ja. Ja, so, das ist jetzt auffällig. Boah, das war so. Natürlich gibt es auch ganz viele Kartons, die ich in den Supermarkt bekommen, wenn du neue Ware bekommst, haben sie ausgepracht, die stehen aber auch in Rom. Mhm. Das heißt, die Bücher ist jetzt wieder weg. Und das ist wirklich schon schwer, aber ich glaube gar nicht schön groß. Ja, schwer sind die. Aber wenn ihr so viele tragen wollt, das will ich euch echt nicht. Ja. Müsst ihr einfach die ganzen Sachen suchen. Einfach mal alle so zusammenstecken. Ich bin schon voll beladen, wo soll ich da jetzt hin? Ich. Egal. Wo müssen wir hin? Doch nach rechts. Nach rechts? Nach rechts. Okay, nach rechts. Nach rechts. So. Noch mehr Kartons. Ach nee. Hier noch ein Karton. Karton zusammenstecken. Ja, noch Karton. Schon wieder so voll. Mhh. Noch mal dahin, ne? Ich schon wieder nicht. Boah, das war schrecklich. Du siehst es? Wieder durch. Ja. Wobei. Wobei. Wenn du jetzt die Regale da hinten? Verstaucht. Nee, wir müssen noch mal eben Stoff brauchen. Genau. Verstaucht damit einfach die geile Abbrechen rein. Abbrechen rein. Abbrechen rein. Die hat uns schwierig zu lagen. Die machen wir auch immer so. Ja. Dann nehmen wir ein. Einmal. Und dann aus. Ja. Und dann. Machst du die O-Ring. Du bist viel größer. Das ist viel einfacher. Ja klar. Mach dann die O-Ring. Mach dann die unteren. Die sind aber auch nicht so gut. Ja. 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 Du bist gleich das Ausdauertraining für die Prizisten fertig. Ja. Und dann auch ein bisschen weiter weg. Mhm. Weiß nicht. Wir gehen nämlich zu einem Kfz-Händler. Uh. Und zu einer Werkstatt. Oh. Von Autos hab ich gar keine Ahnung. Ah, ich ein bisschen. Kannst du mir ja vielleicht ein bisschen helfen. Ja. So. Wir sind jetzt hier beim Kfz-Mechaniker. Mhm. Kaum auch Autos haben und die reparieren auch ganz, ganz viele Autos. Mhm. Und was die auch machen, ist der Reifenwechsel. Vom Winter zum Sommer, da kriegen die Autos mal neue Reifen. Die müssen die alten Reifen ab und die neuen Reifen wieder drauf. Das ist ganz schön anstrengend. Ja. Und vor allen Dingen, wenn dann die alten Reifen mal kaputt sind, müssen wir die Reifen auch erneuert werden. Ja. Dafür braucht der Kfz-Mechaniker riesige Berge an Reifen für Reserve, falls mal Reifen kaputt gehen. Ich hab ganz schön Angst, die Reifen hängen herzgetragen. Aber der Schlungel ist, dass wir das jetzt auch machen. Ja. Das ist ein großer LKW mit ganz, ganz vielen Reifen. Au. Aber zum Glück können wir die Reifen ja rollen. Stimmt. Das ist ja immer noch ganz schön schwer, aber wir können sie auch machen. Okay, dann machen wir das. Ja. So. So. Hier ist unser Lager. So. Hier ist unser Lager. Hier ist unser Lager. Zurücklaufen. Reifen hoch und rollen. Und auf den ersten Reifen legen. Hier schön stapeln können. Zurück. Reifen rollen. Und. Ja. Boah ist das ganz schlimm ey. Ja. Das Reifen ist ganz schön schwer. Ja. Und es sind auch so viele. Wie. Uff. 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 Das ist jetzt noch ein letzter Reifen. Ja. Meiner auch. Uff. Puh. Fahen genug Reifen. Zwei Autos. Uff. 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 Wollen wir mal Reifen laufen? Ich will nicht. Ich glaube noch. Noch so ein paar Stunden von dieser Arbeit. Fall um. Nächstes gehen wir. Nach dem Reifen schnell ganz schön kaputt. Ja. Uff. 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 Guck mal da. Das ist die Feuerwehr. Oh stimmt. Die Feuerwehr. Auch ein ganz toller Beruf. Und auch ganz ganz wichtig. Ja. Genau. Die Feuerwehr hat ja ganz viele Aufgaben in dieser Welt. Mhm. Zum Beispiel wenn ihr irgendwann Angst habt zu brennen. Müssen die ausrücken. Und die Feuerwehr schicken. Das ist ja klar. Aber auch wenn zum Beispiel eure Katze oben auf dem Baum fest sitzt. Dann könnt ihr auch die Feuerwehr rufen. Und dann holt die Feuerwehr eure Katze wieder runter. Genau. Außerdem müssen wir auch Straßen und Schien frei wachsen. Zum Beispiel bei mir beim Sturm. Ja. Und wenn eine Sturmflut ist. Müssen wir auch ganzen Säcke schleppen und sowas mit dem THW zusammen. Weißt du was. Ganz tanzig. Ja. Ganz tanzig. Ja. Dann machen wir das doch dann. Okay. Let's gehen. Achtung. Platz da. Die Feuerwehr kommt. Seht ihr den Rauch? Tatütatata. Holt schnell den Schlauch. Tatütatata. Seht ihr den Rauch? Tatütatata. Holt schnell den Schlauch. Tatütatata. Hört ihr das Martinshorn? Wo kommt denn das nur her? Schnell schnell hinein. Schnell schnell hinein. Es ist die rote Feuerwehr. Wir fahren links, wir fahren rechts die Straße rauf. Und rollen rasch die langen Wasserschläuche aus. Zieht eure Brillen tiefer ab. Es wird gleich heiß. Stellt euch mit euren Schleichen hin in einen Kreis. Das Wasser spritzt. Das Feuer zischt. Es brennt nicht mehr. Das haben wir geschafft mit unserer Feuerwehr. Seht ihr den Rauch? Tatütatata. Holt schnell den Schlauch. Tatütatata. Dreh Wasser auf. Tatütatata. Die Leiter auf. Tatütatata. Tatütatata. Hört ihr das Martinshorn? Nun pfeift es winzig klein. Quetscht euch jetzt in die Mini-Feuerwehr hinein. Wir fahren links, wir fahren rechts zu einem Haus. Und fleschen dort ein klitzekleines Feuer aus. Ne Kerze brennt und fällt herunter. Ach, oh Schreck. Wir pusten kräftig. Eins, zwei, drei, die Flamme weg. Nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Wir haben Glück. Wir haben Glück. Und flitzen mit der Mini-Feuerwehr zurück. Seht ihr den Rauch? Tatütatata. Feuerwehr. Holt schnell den Schlauch. Tatütatata. Dreh Wasser auf. Tatütatata. Die Leiter auf. Tatütatata. Hört ihr das Martinshorn und lässt es wieder los? Springt alle rein. Das Feuerauto ist jetzt groß. Wir fahren links, wir fahren rechts. Nichts ist zu sehen. Kein Feuer brennt und doch ist wieder was geschehen. Ein Elefant, der rutschte aus hier in ein Loch. Los Leute, kommt fast alle an und hebt ihn hoch. Der Elefant trompetet laut und freut sich sehr und singt mit uns das Lied der roten Feuerwehr. Seht ihr den Rauch? Tatütatata. Holt schnell den Schlauch. Tatütatata. Dreh Wasser auf. Tatütatata. Die Leiter auf. Tatütatata. Die Feuerwehr wer wer wer. Sie ist schon da da. Schon längst ist sie hier. Das ist wunderbar. Lösche die Löschlösch und schlauche die Schlauch. Flamme die Flammflamm. Rauche die Rauch. Die Feuerwehr wer wer wer. Sie ist schon da da. Schon längst ist sie hier. Das ist wunderbar. Lösche die Löschlösch und schlauche die Schlauch. Flamme die Flammflamm. Rauche die Rauch. Seht ihr den Rauch, tatütatata, holt schnell den Schlauch, tatütatata Dreh Wasser auf, tatütatata, die Leiter auf, tatütatata Seht ihr den Rauch, tatütatata, das ist wunderbar war, lösche die Löschlösch und schlau die Schlauch Flamme die Flamme, rauche die Rauch, die Feuerwehr auf, tatütatata Seht ihr wunderbar war, lösche die Löschlösch und schlau die Schlauch Flamme die Flamme, rauche die Rauch Tschüss, bis gleich Hände waschen, Hände waschen muss ein jedes Kind Hände waschen, Hände waschen bis sie sauber sind Nun sind die Hände sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind Und jetzt die Haare Haare waschen, Haare waschen muss ein jedes Kind Haare waschen, Haare waschen bis sie sauber sind Nun sind die Haare sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da Was machen wir da? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind Und die Füße? Füße waschen, Füße waschen muss ein jedes Kind Füße waschen, Füße waschen bis sie sauber sind Nun sind die Füße sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da Und nun? Drum müssen wir sie schütteln, 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 schütteln Drum müssen wir sie schütteln, bis dass sie trocken sind Und auch den Popo Popo waschen, Popo waschen muss ein jedes Kind Popo waschen, Popo waschen bis er sauber ist Nun ist der Popo sauber, ja doch leider ist kein Handtuch da Aber ich weiß was Drum müssen wir ihn schütteln, 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 schütteln Drum müssen wir ihn schütteln, bis dass er trocken ist So, wir sind wieder sauber und haben ganz viel Sport gemacht Aber das reicht uns auch für heute Also wir sehen uns dann nächste Woche Tschüss Tschüss